Ein Professor oder was? Klassenraus suchen. Okay, jetzt sind wir in der Videospieler-Universität. Aha, okay. Ich denke, das ist ein Wasserfunk. Ich bin nicht sicher, eigentlich. Ich bin sicher. Oh? Was ist das? Das ist mein Freund Ngon. Warum so glum, Ngon? Ich bin schade, weil niemand mich mit dabei ist. Das ist wahr. Ich bin sicher. 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 Falscher Klassrum. Eins von drei. Aha, hier sieht es ganz schön schön aus. Okay. Damit nehmen können wir nichts. Okay. Den würde ich suchen. Was haben wir hier? Okay, um 30 Minuten später. Ich wollte nur sagen, ich konnte dieses Tutorial ohne die Hilfe von meinem Junge, SqueezyCheese96. Was ist das, Junge? Schau auf seinen Kanal für mehr gewisse Game Dev Tipps. Wundervolle Person, der Squeezy... Also, ich wollte nur sagen, Ladrachio the Slayer, du bist super uncivil und nicht meine Mom so stop sagen diese Dinge. Okay. Okay. So now, let's get into this. So... Okay. The next step to activating the perspective mode in VeryRealGameEditor is to turn on your computer. There's usually a little button on the side. It has a little snake eyeball icon over it because... I don't know, Illuminati much PC users? Haha. Anyway, once your computer's turned on, you gotta wait for it to... Anyway, so the next step to activating the VeryRealPerspective viewpoint is to load up the VeryRealEditor. This is done by finding the icon... What? Okay. So now that we have the editor loaded, we need to find... 30 minutes later. Haha. All you have to do is click that button. Boom! Perspective view. Yeah! So yeah, thanks again to my boy, SqueezyCheese96. Yo, boy! Jeff! Definitely not this one. Okay. It doesn't seem like there's anything that's going on. You're the one who wants to find a classroom. I'm following your lead here, Midge. Okay. It's not a classroom. You think they still use books here? Or do they use PDF printouts, staple together? Okay. We'll show us here again. I love little nooks like these. I would have curled up here with a good comic. I'm pretty sure this plant isn't real. Oh, Jindow is too... ...to later. Okay, so we have the cry of the wall. And gets better. Okay. Whoa! Yeah. deer. Yeah. Ist die Fehler unserer Kapitalistik-Framework eine disaffektete Junge? Oder ist es vice versa? Diese sind die Fragen, die direkt von diesem Spiel gefragt wurde. Und von allen Spielern. Aber was über Strategie Interstellar Genocide 3? Das ist mein Lieblingsspiel. Hat das einen deeper Sinn? Diese Scheiße wird deinem Gehirn verletzen. Vielleicht nicht das. Okay, talk to Kevin. Ich gucke noch in die anderen Klassenräume rein. Appliere dich zu deinem Traumstudio jeden Tag. Du wirst nie wissen, wann jemand Neues deine Arbeit sehen wird. Appliere dich zu deinem Traumstudio jeden Tag. Du wirst nie wissen, wann jemand Neues deine Arbeit sehen wird. Resüme sollte jede App, die du in der Demo hast. Resüme sollte jede App, die du in der Demo hast. Voxel Art ist der Future. Nichts Art. Meine 3D-Modeling-Skills ist mit einem langen Demo-Reef. Das ist gruselig. Ich werde einen Job, weil ich ein größeres Portfolio habe, mit mehr Sachen drin. Ich werde einen Job, weil ich ein größeres Portfolio habe, mit mehr Sachen drin. Ich werde mehr Zeit im Netzwerken spenden, als auf meine Erfahrungen spenden. Ich werde mehr Zeit im Netzwerken spenden, als auf meine Erfahrungen spenden. Vielleicht nicht so. Okay. Vielleicht können wir nicht. Das ist, wie du sicherlich stankst. Offset sie, siehst du? Es ist egal, ob du Brücken, Zinderblocken, Legos oder Suppepläne benutzt. Immer Offset. Lernen, die richtige Konstruktion-Techniken wird dich weit in der Leben. Vielleicht nicht so. Hm, sehr schön. So wird ja also Videospiel unterrichtet. Eine Videospiel-Schule. Videospiel-Universität. Äh, ist das wirklich wirklich ihr Kurs? Und dann senden sie ihn zu uns. Ah-hah. Ah-hah. Wie ist die Runde? Das wäre ein guter Ort, um ein paar Internen zu verlassen. Woah. Was ist dieses Ort? Es ist ein Kind von Internen-Packen-Plant. Ich wusste, dass diese Schulen durch die Studenten stöhnen. Aber sie haben keine Idee, dass es so schlimm war. Es ist ein Kind. Es ist ein Kind. Es ist ein Kind. Es ist ein Kind. Hey, Dweebs! Was machst du in Locked-Up? Ben? Holy crap! Frank! Hey, Viper! Ich arbeite mit diesem Mann. Ich bin Viper. Du kannst mich Viper. Frank! Was ist das, Mann? Wie bist du? Was ist mit den Chains, Mann? Die, was? Oh, genau. Die Chains. Ja, ich habe entschieden nach Akademie. Das ist ziemlich Standard. Do you want me to, uh, you know, get you down? Nah, that's cool. We get health and dental. They lives walk around an hour a day, too. That's cool. What? Really? Totally, man. Good benefits, free parking, zero chance of having to fix show-stopping bugs at 4 in the morning. This is the life. Except there's no snack time. Otherwise, yeah, solid gig. So you're a teacher? Yeah, except we're not allowed to influence the lessons. But we help their accreditation rating, so they keep us here. So you're a teacher who doesn't teach. I know, it's great. Hey, Ben. You just joined us? We'll be joining you. You? Provost West. This is a faculty-only room. You're not faculty, are you? Come over here, so I can kick the snot out of you. That's against campus regulations. I don't think you really are game developers. We sure are. We work for shovel work studios. Now out of my way. I think you both need to cool off in here, while I consider what to do with you. No! Ah, probably shouldn't have told them what we work, dude. You know what they call some college and degree factory? I never thought they would be literal. Hey, look at this. If you have a transplant for an ad or something. Compress four years of study into four days and prepare for your new career as a game designer. Huh? Wow, that sounds great. Where do I sign up? You are a game designer. What's this? Phase two proposal confidential memo. Where's the rest of it, though? Hey, help me find the other pieces for this. Sure. This is definitely more important than our personal safety. We're on it, Midge. Yeah. There we go. I wonder what's behind this big door. Why do places like this always have barrels hanging around? What do they even use them for? Are those slippers down there? Okay, now we have a factory. Actually no factory. Wow. Mysterious assembly instructions. Oh, that was this here. Now we're here in the... We're at the sides. Oh, great. This is only open when it's convenient for the plot. Good luck, Wobaduck. Okay, let's do this together, Pylon. You look for the missing pieces of paper. I'll delegate. Hey, come on, this is the file. You have a project? I'll take a report on it, Midge. It's not just my eyes. The object is not ici. There's not just eyes. There's practically nothing here. Okay, do we do this again? We're thinking about the mille? Ok, let's do this. Do we have the mille? Do we probably have the chance to go in the middle here. Hallo. Ich glaube wir müssen da mal hoch, da finden wir die letzten zwei Brüder Schnipsel. Hier ist ein Brüder Schnipsel. Und dann brauchen wir noch das Radio. Aha. Und was passiert hier? In jedem Arbeitsplatz ein Praktikant. In der Box. Okay. Und was kann zum. Okay. Sehr schön. Jetzt die Papier Schnipsel. Okay, die fast leere. Das fast leere Kodabicher. Dings. Kann man nicht nehmen. Okay, let's go. Zurück mit uns. Wir müssen mit Mitch reden. Bist du Mitch? Ja. Ja. Oh mein Gott. Sie planen, die Internen auszuprobieren. Als Kübikles. Ich kann nicht nur hier stehen. Und sie sehen, die alle diese Studenten in Kübikles. Wir müssen etwas machen. Aber was? Hey! Lass uns hier raus! Es ist kein Problem. Niemand kann dich hier hören. Hey! Da ist der Intern. Intern! Du gehst hier! Mann, du bist schön. Hey Intern! Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dich für die Schlüssel. Die Schlüssel? Nicht die Schlüssel. Die Schlüssel zur Tür. Wir brauchen dich für die Schlüssel. und bringen sie zurück zu uns. Ich bin nicht sicher, dass ich weiß, wo die Schlüssel sind. Sie sind genau da. Hängen von dem Huck. Du kannst sie von hier sehen. Das ist so weit weg. Ist da ein Video-Tutorial über das irgendwoher? Einfach rauskriegen und holen sie! Mit einer Schlüssel? Mit deinen Händen! Hast du sogar eine Schlüssel? Sind wir jetzt nicht arbeiten? Nur die Schlüssel sind bereit. Okay. Ich kann das machen. Okay, jetzt sind wir gepartigant. Wir müssen Schlüssel bekommen. Okay. Autsch. Oh nein! Schnell weg hier! Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Oh nein! Zerstört! Oha, wir hüpfen aber hoch. Ach so, so können wir auch noch die Höhe vorstellen. Okay. Ich glaube, wir sollen da rüber. Oh nein, das hat ja wohl nicht so gut geklappt. Oh nein! Oh nein! Checkpoint erreicht! Das ist sehr gut. So! Oh nein! Oh! Da ist ein Stern. Und das mal dort hin. Hoah! Oh oh! Und den Stern Oh nein Noch ein Stern Und weiter hier Wo den Checkpoint Checkpoint breached Okay, das ist der nächste Stern Okay Dem Arm muss ziemlich schlecht gehen da drin Oh nein Oha Danke Checkpoint Okay Die Maus brauche ich eigentlich gar nicht dafür So Über die Raketenroboter drüber Den Stern Sehr schön Und ins Ziel dort drüben Das war aber nichts Affirmative Ich werde diesen Job zu meinem Lieblingsstrat Wahoo Komplett Sehr schön Angekommen Ich habe mir nicht beherrschaft ihre Karriere-Placement-Stats. Das ist ein Geheimnis, das du nie wirst, um zu erzählen. Du wieder? Wir wissen alles über deine Schamme der Schule. Ich weiß. Ich stand hier für 10 Minuten. Du hast zu viel gesehen. Wir können dich nicht wegwerfen. Wir werden dich stoppen. Wir sind? Und ich werde dich stoppen, von mir stoppen. Ja, und wir werden dich stoppen, von... ...stoppen sie, von... ...stoppen Sie. Sehr gut. Das geht nach einem Plan. Ich habe deine kleine Schamme. Deine Boss war einer der ersten, die zu sign up. Was? Keine Ahnung. Ha! Jeb nie würde das nicht signieren. Sign to the left, sign it to the right, ...we're gonna sign it. Ja, das ist ja. Okay, vielleicht wird er sign up. Aber das ist nichts. Ja, Signature oder nicht, wir können dich nicht wegwerfen. Rekrutis Maximus, set deine Missiles to kill. Viper, schnell, wie du ein halfton ex-militärer-Grade-Robot hast? He's not ex-militärer. I don't know, make the intern to it. Don't even joke about that. Hold it, everyone stop. Violence won't solve anything. Hey, you can't snuck kick a robot. Ha, ha. Oh, you think you're so tough, Das klingt nach, das sieht in der Analyse so aus. Praktikanten-Wertwurf. Versuch recruiters! Attack! Untertitelung des ZDF für funk, 2017